Ja gut, da haben wir ziemlich viel mit Eis gepaart, leider. Ich könnte es aber theoretisch so machen, dass ich den hier nehme, da Lucky und Fireball erstmal raufschallern. Dann haben wir Fireball, Lucky, Ignis Rage, Flame Emperor und Legend. Und dann fehlt uns nur noch eine gute Feuerattacke und Ferocious. Das heißt, wir suchen hier jemanden mit Ferocious. Wer bestenfalls auch Ignis Rage zum Beispiel am Start hat. Das ist ziemlich geil. Noch geiler wäre es natürlich, wenn wir ansonsten auch noch eine Attacke hätten. Wie zum Beispiel Ignis Breath. Aber ich schaue mal, ob wir vielleicht noch was besseres finden. Flare Storm wäre halt auch ziemlich geil. Ich werde die mal hier reinmachen. Den mit Flare Storm. Auch noch in die engere Auswahl reinheaten. Ganz ehrlich, du juckst gerade niemanden. Dann nehme ich jetzt dich ins Team. Und dann nehme ich wieder dich ins Team. Wir fressen uns allesamt mal voll, Freunde. Und dann werden wir Gas geben. Anfangen werden wir so. Und dann Second Try gegen Chet Dragon. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Bis jetzt sehen wir ja, dass das nach Schwierigkeit sortiert wurde. Gris Bolt ist der leichteste. Lailin zweitleichteste. Verleeres. Orserk. Shadow Beak. Und dann haben wir hier zwei leere Slots. Frostalien. Obwohl, nee, das kann noch nicht hinkommen. Weil, also, Chet Dragon ist doch never so stark als Frostalien, oder? Oder hatten wir halt wirklich vielleicht einfach das falsche Setup? Ich kann es nicht richtig abschätzen. Deshalb versuche ich es auch einfach mal nicht zu tun. Und dann brauchen wir leider doch schon direkt am Anfang ein Shirt. Okay, ungeil. Aber ist fein. Es ist fein. Wir müssen einfach geradeaus hier immer weiter. Und dann schauen wir mal, was wir da jetzt schaffen werden. Wäre natürlich sehr geil, wenn wir direkt das letzte Legi bekommen. Und wenn Legi im Feuergebiet ist, eins im Eisgebiet, dann wird bestimmt noch irgendwo hier im Wüstengebiet auch eins sein. Und da yeeten wir dann durch. Hier, da ist mein Mindspot. Da gehe ich wirklich immer her, um Ors zu farmen. Da drüben ist auch noch Sulfur, was sehr, sehr geil ist. Das heißt, da kann man wirklich immer richtig gut abstauben. Ich kann den Spot eh nochmal zeigen hier. Da direkt neben dem Tower gibt es zwei wunderschöne Spots zum Farmen. Wunderschöne Spots. Äh, ja, weiter geradeaus einfach. Einfach Braindead geradeaus. Oh, fuck, 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 fuck. Wir haben jetzt halt Fangloop mit einer Eisattacke, Frostalion, kompletter Carry, Anubis mit keiner Eisattacke, aber sehr, sehr viel Stärke in Turs. Ein Eispaul, was nur eine Eisattacke drauf hat. Susaku mit einer Eisattacke, aber auch starken Feuerattacken. Und da müssen wir dann unser Bestes mitgeben. Wir müssen den Fokus auch oft auf uns raufschallern und hoffen, dass unsere Pols auch Bock haben. Sehr, sehr wichtig, dass sie Bock haben, überhaupt reinzuschallern. Das wäre ein Träumchen. Der ist halt so weit weg vom nächsten TP-Punkt. Das ist so ein Todesabfuck. Obwohl, ja, wir könnten, glaube ich, nächstes Mal hierhin gehen, falls wir noch mal failen, weil der Weg ist auf jeden Fall kürzer. Da denke ich irgendwie gar nicht dran, weil ich dumm bin. Einfach, weil ich dumm bin. Aber passiert. Äh, Tipp Nummer uno ist auf jeden Fall, nicht in Lava springen. Vor allem nicht, wenn man Low HP ist. Boah, sollte ich aber vielleicht die Nacht abwarten. Es wäre bestimmt smart, aber es wäre auch ein Abfuck, weshalb ich sagen würde, nein. Aber es wäre auch ein Abfuck, jetzt das Ganze zweimal machen zu müssen, ne. Ist jetzt auch nicht so, als wäre das jetzt Peak Fiction. Ah, ich bin zwiegespalten. Ich bin ehrlich, ehrlich zwiegespalten. Und Susaku will seine Ausdauer wirklich nicht auffüllen. Das kranke Schwein liebt es einfach hier. Oh, okay, da höre ich ein paar heiße Sounds. Deshalb wird er eher weniger gerne gerade hingehen. Und ja, die Nacht ist sehr nervig. Soweit ich leider halt auch gesehen habe, bekommen wir keine Improved Hip Lantern oder so. Das sieht nicht so aus, als würde das existieren. Aber okay, heute werden wir auf jeden Fall noch Level 43 erreichen. Warte mal kurz, sorry, dass ich gerade so oft nachschaufe, aber ich bin sehr interessiert. Da können wir dann den Hyper Shield machen. Und das war's. An mehr bin ich nicht interessiert. Und da sehen wir Chat Dragon. Okay, dass wir halt direkt in der Nacht angreifen, ist halt natürlich schon auch einen Vorteil teilweise. Okay, auch wenn das jetzt nicht so geplant war. Stimmt. Oh mein Gott, ich habe ja gar nichts an Munition mehr hier. Um hier auf dagegen zu laufen, das reicht. Danke. Ja, wir haben halt von unserer Waffe hier definitiv nicht genügend an Munition, ne? Wir verlieren leider auch direkt unser Schild, weil wir in eine sehr, sehr schlechte Position gerückt wurden. Ostalion gefällt mir auch gar nicht gerade, dass der Boy, die direkt hier angeeatet wird. Dann mache ich das Ganze mal so. Ja, mit den letzten wurde er leider getroffen. Kampfkunst! Gib ihn, Bro! Na, okay. Er performt leider sehr viel schlechter, als ich erhofft hätte. Kann ich ihm aber auch nicht verjübeln. Er hat halt keinen typen Vorteil. Du machst das halt echt nicht gut, Kingpaka. Du bist gerade echt keine Hilfe. Kingpaka ist echt keine Hilfe gerade gewesen. Der bekommt so viel Schaden auch durch Feuerattacken. Zuzaku ist jetzt halt so mein Safe-Bed, wo ich ein bisschen raufschallern will. Weil Zuzaku hat uns wirklich selten enttäuscht. Das Team ist glaube ich das Richtige, wenn wir Anubis austauschen. Ich glaube, dann sind wir gut dabei. Anubis hat uns nämlich wirklich gar nichts gebracht. Oder ja... Warum kann ich nicht sterben? Wo habe ich die dreckigen Feuer-Shirts reingemacht? Ich weiß, dass sie irgendwo hier sind. Oh mein Gott, warte. Ich könnte das einfach anziehen mal kurz. Ja, wir haben schon wieder den Bug, dass die Legi-Musik einfach die ganze Zeit durchspielt. Okay, wozuhelle habe ich diese dreckigen Feuer-Shirts reingemacht? Zeig nicht einfach da vorne. Würde mich jetzt da so hart... Abfacken, aber okay. Es ist anscheinend leider so. Ja... Was soll ich machen, ne? Was soll ich machen, wenn die Scheiß-Musik hier einfach wirklich nicht aufhören will? Dann kann ich halt leider auch wirklich nichts machen. Es ist ein kleiner Abfack. Die kleinen Drecks-Bugs, die da noch immer drin sind im Spiel. Ich habe es schon lange nicht mehr gesagt, aber ich freue mich auf die Vollversion. Das Ding. Okay. Wir haben gesagt, Anubis ist raus. King Paka. Ah, fuck. Weiß ich nicht. Weiß ich halt nicht, was wir da für einen Sinn von haben. Haben wir da irgendeinen Nutzen von? Ist halt die Frage jetzt. Freiwahn? Auch kritisch. Wen sollten wir halt statt ihm reinnehmen? Warte mal, stimmt. Wir haben ja noch ein Kältemarmorast hier drin, oder? Oder arbeitet das irgendwo? Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Wirkt aber so, als würde es irgendwo arbeiten in der Base. Dann würde ich es kurz raus snacken. Es ist wieder kalt. Es ist wieder kalt. Kann ich diesmal schlafen? Kann ich diesmal schlafen? Du klant dreckiger. Warum kann ich diesmal schlafen? Warum habe ich vorher nicht schlafen können? Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich will es auch gar nicht verstehen. Das macht mich einfach nur ein bisschen Akku. Ein bisschen Akku macht es mich. Und dann schaue ich mal. Habe ich hier? Nein. Aber ich habe doch Mamorous Christ. Aber hier in der Basis habe ich es zu 100% nicht, oder? Sorry. Verklickt wieder mal. Ich habe keine Ahnung, wo ich das... Ah, das war nur Level 4. Das war wirklich nur Level 4 dann. Der Fight ist halt assi, weil wir zwar Typenvorteil haben mit Ice Pulse, aber der halt so viele Feuerattacken drauf hat, dass das halt einfach asozial des Todes ist. Jormontat vielleicht einfach reinnehmen. Ich gebe Jormontat einfach eine Chance. Ich gebe Jormontat einfach mal eine Chance, weil... I mean, was sollen wir sonst machen, ne? Wir haben nicht genug Ice Pulse, die da gut genug für sind. Und ich bin ganz ehrlich, ich finde generell einfach... Fuck, was für... Als ob ich die jetzt zu Schwarz gefunden, aber nicht genommen habe. Ich bin doch dumm, oder? Ich bin doch absolut verblödet auch. Als ob ich die jetzt wirklich genommen, aber nicht verwendet... Hä? Habe ich doch. Mein Gott, stimmt. Ich bin ja gestorben wieder hier. Warte, wo? Hä? Sind meine Shirts despawned? Nein, oder? Bin ich gerade wieder komplett verloren? Hä? Hä? Ich habe sie eh an! Achso, ich habe Cold Resistance da mal gehabt. Ja, okay. Ist meine Schuld, ist meine Schuld. Bin gerade nur ein bisschen pissed. Aber das passiert halt, ne? Das passiert halt bei den Fights. Vor allem, wenn man underleveled unbedingt reingehen will. Weil man ein absoluter Psychopath ist. Kann sowas schon mal passieren? Ja, einfach gerade rüber. Okay, äh, ist jeder in meinem Team ready to fight? Ja. Da haben wir keine Probleme. Ich werde währenddessen mein Leben auch wieder gut regenerieren können. Ich habe ein bisschen Angst. Also, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall der letzte Try jetzt, weil, ja, ich habe es schon tausendmal gesagt, aber das Viech interessiert mich jetzt nicht so hart wie Frostalion. Und es fuckt mich ehrlich gesagt ein bisschen ab, wo man da kämpfen muss auch. Ich hasse dieses Gebiet zum Kämpfen. Dass man da halt dauerhaft in die Hitze reinschallern kann, einfach in Magma, in Lava, in alles, ist für mich ein bisschen belastend und nimmt auch dadurch ein bisschen Spaß durch den Fight. Weil ich mag anstrengende Fights, ansonsten würde ich ja natürlich nicht low-leveled gegen einen Legi hier fighten, aber in so einem Gebiet ist halt wieder ein bisschen belastender, sag ich. Level 43 werden wir heute trotzdem erreichen. Das definitiv. Wenn nicht, dann steige ich mir bei Bein ab, Mann. Reicht einfach. Ja, da vorne sind Eier, aber ganz ehrlich, ich habe gerade gar keinen Bock auf Eier. Livemunk Energy sehe ich da drüben aber auch und da muss ich sagen, Livemunk Energy ist geil, das Eier habe ich auch gesehen, aber das juckt mich wirklich nicht. Da gehe ich jetzt wirklich nur hin, weil da Livemunk Energy ist und ich meine Statue weiter hochleveln will. Da nehme ich jetzt nämlich definitiv alles an. Wie viele Eier da unten auch wieder eins. Holy shit, ich muss mich so zurückhalten, nicht einfach die ganze Zeit Eier zu handen hier. Der größte Psycho der Welt. Uns fehlt halt glaube ich noch ein gutes Bisschen, bis wir das nächste, oh mein Gott, wie viele, das nächste Mal upgraden können unsere Statue. Das dauert glaube ich schon noch ein Bisschen. Und jetzt holen wir uns einfach unseren Loot zurück. Wir könnten aber wirklich auch, wenn wir jetzt failen, einfach 43 werden, Mega Shield machen, mit Mega Shield hier reingehen, dann wären wir auf jeden Fall safer mit dabei und vielleicht auch einfach bis dahin ein besseres Eis-Poll, bestenfalls mit einer guten Mischung aus Eis-Wasser, vielleicht Penking hochleveln. Wäre ein guter Counter auf jeden Fall zu Chad Dragon hier mit seinen Feuerattacken, die wirklich unfassbar hart abfucken, weil er ein fucking Drachenviech ist, man ihn mit Eis damagen kann, aber er Feuerattacken drauf hat. Das ist wirklich eine Scheiß-Situation. Bodenlos wirklich, was sich den Fight hier ausgedacht hat. Bau denn los. Ja, okay, da können wir aber normalerweise wirklich ohne Probleme auch hin. Ich hole mir dann da drüben auch noch die Liftfunk-Energy und dann werden wir alles mal ready machen. Ich werde jedes Fall noch vollfüttern mit Salat, was ja generell sehr, sehr gut ist. Salat ist einfach OP, just think. Ich würde es jedem empfehlen, einfach so viel Salat wie möglich zu machen. Vielleicht gibt es was Besseres, aber das ist für mich auf jeden Fall kein allzu großer Aufwand gewesen. Deshalb habe ich es ziemlich feiert. Oh fuck, da habe ich ein bisschen Damage kassiert jetzt. Was ich natürlich nicht feiert, deshalb hole ich mir jetzt einfach die hier zur Resistenz ab. Ich zähle da einfach mal ein bisschen rum. Ja. Ja, dann sortieren wir währenddessen nicht einfach wieder, weil was soll ich sonst machen, ne? Was soll ich sonst währenddessen machen, während wir hier wieder volle Leben bekommen? Ist ja nur sinnvoll, Freunde. Ja, das ist eine gute Ausrede, damit ich meine, es sucht das Ganze so zu machen, ein bisschen reinstellern kann. Junge, macht das Sinn, was ich sage? Es macht, glaube ich, nie Sinn, was ich sage. Ich sollte einfach mal Maul halten. Stimmt, aber wir haben schon wieder vergessen, das hier zu holen. Ist natürlich belastend. Dann habe ich das hier für das hier und das hier und das hier und das hier und das hier. Und genau jetzt hat sich unser Schild regeneriert. Hat ja gut gepasst. Dann gönne ich euch hier nochmal ein gutes Bissele an Salat und wir starten wieder rein mit unserem Homie hier. Ne, da ist die jetzt zu hoch. Ich muss mindestens einen hier haben. Ich muss mindestens einen hier haben und das kostet mich jetzt ein bisschen was wieder. Obwohl, ich könnte jetzt was ausprobieren. Wie funktioniert denn das jetzt? Ziehst du mich jetzt oder? Oh, 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 oh. Das war definitiv nicht das smarteste Move, aber hey, probieren geht über Studieren, sage ich. Er ist schon tot. Bitte was? Bitte was? Okay, das ist der miserabelste Start, den wir bislang hatten von den ganzen Fighters. Sage ich ganz ehrlich, das ist fucking miserabel. Ich habe auch so gut wie keine Munition mehr. Postallium brennt, ich schicke Kingpaka Christ rein. Es ist gerade aber AFK, wenigstens minimal AFK, wird dann aber direkt wieder gefreezt. Ja, Kingpaka macht halt aber gar keinen Damage. Also das ist absolut krank und belastend. ich war gerade voll Fokus aufs Dodgen, deshalb hoffe ich mal, dass unser Homie da drüben währenddessen keine Leben abgezogen bekommen hat. Sieht aber gut aus. SFK gerade. Sorry, jetzt bin ich wieder ein bisschen lost hier. Und selbst wenn wir nur einen Schaden machen, gestackt ist der Schaden solid. Wenn wir den gut hochgestackt bekommen, ist der Schaden solid. Ey, gute Copy Paste danke. Ich fühle mich sehr gejahrt. Merk gerade ein Bot einfach in den Chat geschrieben Yo Bro Deine Streams sind so awesome Mann folgt mir gerade erst zum ersten Mal Kranke Welten will leben ehrlich Ja, ich muss jetzt switchen mal auf Fang Loop Wir warten Postalien ist wieder voll Das heißt, dass wir da auf jeden Fall jetzt gut reinschallern können mit unserem Homie Leerstorm kurz vorher Der klettert habt ihr das gesehen bitte Ich brenne Ich verbrenne Wie hat mich der Bullshit gehittet Das hat nicht Das hat nicht getroffen Freunde Das hat nicht getroffen Und das akzeptiere ich auch nicht dass das getroffen haben soll Falls wir da ein Level 40 noch haben nehme ich den kurz rein Sonst schauen wir hier einfach mal Weil ja wir auf jeden Fall mit dem Susaku hier rüberfliegen Ja das war der letzte Trials leider Leute und wir haben auch ein Problem weil wir jetzt fucking zweimal unsere Scheiß Rüstung verloren haben was natürlich bodenlos ist weil was soll ich jetzt machen was soll ich jetzt machen wie soll ich das überhaupt überleben Das ist so eine Frage die ich mir ehrlich gesagt gerade stelle das ist eine frost arme halt ich freue mich schon so wenn hier alles sortiert ist ihr glaubt es mir nicht muss vielleicht wirklich einfach was neues craften ist zwar sehr belastend aber wenn es sein muss muss es vielleicht auch wirklich einfach sein das nervt mich aber ist okay Pustallion nehme ich einfach mal Stadt King Packer rein und dann würde ich sagen holen wir uns einfach ein Kälte Outfit hier durch auf Susaku werden wir rei Raum Kälte Outfit bin ich dumm Tropical Outfit meine ich natürlich und los ich boh denn los okay wir haben keine Hitzeschwärz mehr hier soweit ich weiß was auch extremst ungeil ist aber damit müssen wir jetzt halt durch ziehen wir starten in dem Gebiet gehen dann rüber hier sollte uns auf jeden Fall noch kein Hitzeschwall entgegen kommen und dann reite ich erstmal mit Banglope hier durch ja okay der nächste Try wird wahrscheinlich ein bisschen auf sich warten lassen dann gegen den Boss wenn wir Level 43 sind haben wir auch unsere Pulse auf 43 wir haben Mega Shield und wir haben dann hoffentlich auch ein paar bessere Eis Pulse ja auf jeden Fall ein kleines Träumchen von mir hier haben wir einen Dungeon den ich mir auf jeden Fall markieren werde lass mich einfach runter homie oder sch die sch deux dat die die quadru char eso kann aus of da eu auf jeden Fall kann und logic ich da